Die Piraterie liegt mir im Blut. Wie Adrenalin oder Schaler Grog. Ich habe genug Abenteuer gesammelt, um ein Dutzend Sammelalben zu füllen. Ich habe Geschichten über Schiffe, Schlachten, Liebe, Schätze, Verrat und Malzbier. Aber wie wäre es mit einer, in der all das vorkommt? Mein Name ist Guybrush Threepwood und diese Geschichte erzählt von der Zeit, als ich endlich das Geheimnis von Monkey Island gefunden habe. Die Piraterie liegt im Blut. Die Piraterie liegt im Blut.